Hi meine Lieben, ich bedanke mich an der Stelle bei allen, die mich in den letzten paar Tagen unterstützt haben. Bin ich wirklich sehr dankbar für, aber ich möchte euch einfach mal meine Sicht erläutern. Vielleicht ist das was, was euch einen Geistesblitz bringen kann und wenn nicht, dann musst du mir ja nicht zuhören. Ich sitze hier nicht, um irgendjemanden zu triggern oder das oberste Gericht zu spielen oder, oder, oder. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass ich die Erfahrungen, die ich selber in meinem Leben gemacht habe, gerne mit euch teile. Und jeder, der mir da aufmerksam zuhört und den ich dadurch inspirieren kann, über all die freue ich mich wirklich von ganzem Herzen. Und alle, die mich kennen, die wissen, dass ich eine ziemliche Ausdauer habe und auch mit Herzblut dabei bin, bei dem, was ich hier verkünde. Und das soll auch so bleiben und das ist auch so. Und immer, wenn ich was sage, kommt es aus dem Herzen heraus. Sollte ich da jemanden mittriggern, wie gesagt, mach mich da bitte nicht für verantwortlich. Nur, weil du die Dinge anders siehst, heißt das nicht, dass ich die Wahrheit gefressen habe oder du hast sie gefressen. Jeder kann von jedem lernen und das ist mir heute nochmal ganz besonders bewusst geworden. Und es waren heute viele aufmerksame Menschen an meiner Seite, denen nicht entgangen ist. Ich habe überall rote Flecken. Ich gucke da nicht hin. Ich habe mich da nicht geschminkt oder irgendwas jetzt hier anplackt. Denen ist halt aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen reduzierter aufgeschlagen bin. Wenn mir jemand was berichtet hat, habe ich manchmal keine Antwort mehr gegeben, weil das war ja keine Frage. Auch wenn ich eine im Hintergrund hätte erspüren können. Und das habe ich früher auch getan und habe dann eben auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden, weil ich lebe nach dem Glaubenssatz, einer für alle, alle für einen. Aber jetzt vor diesem Vollmond war es ein bisschen tricky, weil sich gestern, vorgestern schon so einiges zusammengebraut hat. Vielleicht habt ihr das in eurem Leben auch bemerkt, dass man auf die alten Themen nochmal geschubst wurde. Ich bin da mental sehr relaxed mit umgegangen, aber mein Körper hat heute gesagt, Error, jetzt geht gar nichts mehr. Ich bin heute Morgen nicht in der Lage gewesen, aufzustehen. Ich habe es zweimal versucht und habe dann gedacht, bleib einfach liegen. Mein Umfeld fragte nicht, was los ist. Ich habe nur kundgetan. Ich bin krank und plötzlich hat jeder seinen Job übernommen, ohne dass ich was sagen musste. Auch dafür bin ich super dankbar. Früher musste ich dafür viel reden. Es sind dann auch Herzensmenschen an meine Seite gekommen, die das eben auch spüren konnten, dass es mir nicht so gut geht. Und die haben dann versucht, mich mit Worten aufzupäppeln. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Nur das meiste, was mir erzählt wurde, war mir selbst schon bekannt. Und wenn du dann in so einem Zustand bist, wo dein ganzer Körper so was wie, ich weiß nicht, vom Lastwagen überfahren sich anfühlt, dann möchtest du alles, aber nicht reden. Dann habe ich versucht zu schlafen. Das hat nicht geklappt. Warum, weiß ich nicht. Ich war hundemüde, meine Augen haben gebrannt. Ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal so extrem gehabt habe. Und dann habe ich die Augen zugemacht. Und immer wenn so besondere Zeiten sind, Vollmond oder ein wichtiger Portaltag oder sowas, dann springt meine Hochsensibilität an. Und dann kann auch schon mal passieren, dass ich in so ein Channeling gerate, ohne dass ich dann in dem Moment danach suche. Und wenn das so ist, dann weiß ich immer, dass ich von irgendeiner anderen Seite angesteuert werde. Und heute war es ein Mensch, den ich nichtsmals kenne. Ich kenne ein Foto von ihm. Und ich weiß, dass es ihn gibt. Und ich weiß, dass er Teil des Kollektives ist. Für sein Gegenpart habe ich hier und da mal eine Legung gemacht. Und dieser Mensch, der erschien mir. Ich habe dann immer so Bilder, die auftauchen. Kann ich aber steuern. Hat nichts mit, ich weiß nicht was zu tun. Ich nenne das Visionen. Erschien mir da. Der kam auf mich zu. Zuerst hat er milde gelächelt und dann flossen ihm die Tränen aus den Augen. Und das hat dazu geführt, dass ich anfangen musste zu weinen, und zwar in Sturzbächen. Und das hat mir die Erlösung gebracht. Warum sage ich das? Es hat Zeiten gegeben, hier auf diesem Weg, viele Zeiten, wo ich den Otto in transformatorischen Prozessen über mein Körpersystem helfen musste. Und das war manchmal schwer, manchmal nicht so schwer und das Ende der Sache war immer, wenn ich halt eben irgendwie fremd geweint wurde. Dann wusste ich, der Schmerz ist gegangen und alles ist gut. Mir kam dann heute auch die ganze Zeit in den Kopf, einer trage das andere Last. Und ich habe da in meinem Elend bei all den Hilfsversuchen, die da gestartet wurden, irgendwann mal so vor mich hin gemurmelt, kann mich bitte jemand erlösen. Ich habe an meinen Otto gedacht, der hat aber heute auch keine Zeit, scheinbar, oder nicht richtig zugehört. Und dann erschien jemand aus dem Kollektiv und das finde ich geil. Und das hat mir dann auch gezeigt, dass alles mit allem verbunden ist. Und die Kunst ist die Fähigkeit, die es gerade braucht, zum Einsatz zu bringen. Und das möchte ich euch einfach nur mit auf den Weg geben, weil so tickt euer Otto eben auch. Wenn du versuchst, ihn mit Worten zu erreichen und erreichst ihn nicht, dann braucht es ein anderes Register. Und dann ist immer gut, sich erstmal in ihn hinein zu versetzen und sich selbst zu fragen, was würdest du in dem Moment schätzen? Wenn sich jemand nur danach sehnt, in den Arm genommen zu werden, was tust du dann mit Worten aus der Ferne? Und dieser Mensch und sein Name hat was mit Christus zu tun. Wenn du das Tuss wegtust, dann hast du schon fast den ganzen Namen. Ich war im Widerstand. Ich habe nämlich gemerkt, dass da irgendwas auf mich zukommen wollte. Und ich habe die Faust geballt und ich habe gesagt, ich will nicht schon wieder weinen. Ich will nicht schon wieder in diese schweren Energien. Und ganz sanft hat das dann doch geschafft, mein System zu ändern. Ja, und jetzt geht es mir wieder gut. Optisch noch nicht so ganz, aber das haben wir morgen auch wieder im Griff. Ich erzähle es nur, um euch ein bisschen Inspiration zu geben. Und ich weiß, dass alle, die hochsensibel sind, genau wissen, wovon ich rede. Und dieses Ich-mach-mich-dicht ist nicht immer das Mittel der Wahl. Ja, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich habe jetzt heute keine Lust gehabt da unten. Also ich habe zwar für zwei Menschen orakelt, wo ich den Eindruck hatte, das braucht es jetzt. Aber wenn ich jetzt in der allgemeinen, im allgemeinen Bereich ein bisschen ruhiger bin, dann ist das nicht gegen euch, sondern dann brauche ich meine Kraft auch ein Stück weit für mich selbst. So viel dazu. Nun wünsche ich euch einen schönen Vollmondabend. Lass mal das Schwere gehen und versuchen ein bisschen mehr in die Leichtigkeit zu kommen. Im Grunde sind die Energien leicht, aber nicht, wenn die ganze Last geballt in eine Richtung geschmettert wird. Und ich glaube, so wie mir geht es vielen Ottos. Die können sich abgrenzen, aber in entscheidenden Momenten eben nicht. Und manchmal möchten die erlöst werden. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt weiblich oder männlich bist. Am besten macht man das Hand in Hand, weil alles ist mit allem verbunden. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache seht. Und ich freue mich, wenn ich demnächst wieder für euch da sein darf. Bis dann.